Wenn du mich hörst, du weißt, wo ich bin. So, wir sehen uns. Tschüss. Ja, ja. Tschüss. Trendy, warum machst du das? Ich hatte gerade Angst, da kam was von unten nach oben. Ja, das sah aus wie ein Mac Manious, oder? Genau. Ja, und da hast du gedacht, machst du das tot, ja? Richtig. Schön, immer wieder schön. Was lame, was... Weißt du, die Ossis, die sterben hier auch am häufigsten. Bedroht, die sind vom Aussterben bedroht. Man muss von aufpassen, man wird in die Dungeonzimmer reingezogen. Okay, das jetzt war gerade, weil der Zombie eine Angel hatte. Ja, der hat mich voll in den Dungeon gezogen. Ja, der will spielen. Komm mal an, ich bin zuweilen. Guck mal, guck mal an unsere Kisten, ist eigentlich das erste Mal, oder was da. Ja, wo irgendwas von irgendein Vieh, keine Ahnung, ob er das gebrauchen kann. Wenn der vielleicht für deinen Batman geht. Was denn? Irgendwas schwarzes. Ihr könnt doch gegen Dahl und Mario Kart fahren. Ihr müsst nur morgens um 9 Uhr aufstehen und mit uns aufnehmen. Also mitfahren, wenn wir aufnehmen. Ja, super. 9 Uhr morgens, da wo der gesunde Mensch schläft. Ja, dann nimmt Dahl und mit uns Mario Kart auf. Wenn die Fiers lacht, ey. Guten Tag, da haben wir was. Wenn sich das Nefiers nur lacht, keine Ahnung. Nichts, Alter. Ich hab mich dran gewöhnt. Also da, da oben da. Ach, ich hab noch mehr Kisten, die hab ich gar nicht gesehen. Ja, ja. Falls ihr übrigens Melon oder Dingsseeds braucht, äh, Kürbis vom Kinn, dann könnt ihr die bei mir abholen. Aber es dauert noch ein bisschen, bis die gewachsen sind. Also auch, ich glaube, ich kann mal ein Backpack machen. Ein Backpack. Hat irgendjemand irgendwas, was farbstoffmäßig ist oder so? Äh, ich könnte dir gelbe Blumen pflücken, aber mehr auch nicht. Aber warte mal, hier draußen war eine rote. Hier ist eine, äh, eine rote rosa. Oh, guck mal, Randy. Oh, Randy. Ich hab eine kleine rote rosa. Oh, fein. Liebesrein. Ihr habt echt eine am Schwimmer. Was ist da los? So. Was passiert, wenn der Schwimmer ausgelöst wurde, Tino? So, Tino hat sich jetzt einen roten Rucksack gebaut. Ist das nicht sexy? Wann sind du? Vielleicht hab ich das noch ein bisschen zu groß gebaut. Ja, Tino, wir sind jetzt im kleinen Kevin. Haha. Hallo, Cheapforsitz. So, ich hab keine Ahnung. Ich, ach, wir sind einfach out of alles. Out of alles. Out of alles. Das ist zum Heulen. Ruhenschaft erreicht Blumenkind. Rau, da, um. Irgendwas wir mit Titanium einstellen können? Ich hab keine Ahnung. Was für Schenkel? Irgendmal für den Kampfheli, oder? Zuschauer fragen, ob bei mir Ossi Rushhour ist, weil hier die Ossis ein- und ausgehen bei mir. Ossi Rushhour. Wolltest du mir Gedanken machen, Arne, wenn die Ossis bei dir ein- und ausgehen. Ich hab ein Paket für einen Zähner angeboten. Wow. Hammer angenehm. Du, Bestmark, oder was das klar ist? Was meinst du von der Vorschrift, wo ich im Vlog drüber geredet hab? Bestmark, was ich bitte für die OP von der Ossis mache. Ah, Wolle. Das. Bitte keine Grundsatzdiskussion, meine Freunde. Welche Grundsatzdiskussion? Was können wir mit Titanium machen? Iron Man, Armor Blade. Okay. Ich bin Iron Man. Captain America's Logo? Okay. Iron Man's Mark 1 Helmet. Oh, cool. Iron Man's Mark 1 Suit. Cool. Ich weiß nicht, wie baue ich denn den Lagerraum am besten? Vielleicht darunter, oder? Musst du erst mal ein bisschen... Es gibt Bambusstangen zum Klettern und Bambusbrücken. Das klingt echt cool. Aber sie hätte keine Zuschauer. Das ist ja eigentlich im Blödsinn. Das Projekt ist ja dafür da, um auch die Twitch-Kanäle... ...eben, um die Twitch-Kanäle ein bisschen zu promoten. Zuschauer kommen halt nicht von nichts zu streamen. Genau. Ich muss mal ganz kurz hier noch was ändern. Bei meiner Kamera, die ist so ein bisschen hoch eingestellt. Ich muss die mal ein bisschen... Wo du auch getwittert hast... Äh, achso. Ja, dann ist das... Du meinst den Namen falsch. Ja, nee, hab ich noch nicht. Twittern tut er doch jeden Tag 80 Tweets oder so. Ja, klar. Weiß ich nicht. K-Tweets kommen nicht von sonst wo her. Muss aufs Klo. Zwei Sekunden später. Ah, nee, doch nicht. Ich hab noch nie einen Scheißhaus-Tweet gemacht. Nicht? Ah, du darfst schon mal Tweets aufs Klo gestimmt. Na Zeit wird's, oder? Ja, einer unserer Kollegen hier von Tore und mir... Ich will jetzt keine Namen nennen. Aber der hatte mal sowas gesagt, äh, wie... Ja, es gibt so eine Seite, da posten halt Leute so ihre Scheiße und... What? Weißt du, ich dachte halt... Und ich dachte halt, er meinte damit... Dass halt Leute da irgendwie so... Wie mein Nein-Gag irgendeinen Scheiß halt posten, ne? Ah, ja, ja. Achso, aber er meinte, der postet wirklich ihre Scheiße. Aber er meinte, dass das eine Seite ist, wo Leute ihre Scheiße posten. Und mit Scheiße meinen wir halt wirklich Scheiße. Und mit Scheiße meine ich Scheiße. Das findest scheiße. Was zur Hölle? Also, ganz ehrlich. Ah, jetzt mal ohne Scheiß. Was macht ihr? Was baut ihr? Apropos Scheiße. Was baut ihr? Das würde mich mal interessieren. Ich weiß nicht, was ich hier bauen soll. Also, ich baue irgendwas, was letzten Endlich... Es weiß ja nicht genau, was es ist, aber es wird letzten Endlich den Osten auf jeden Fall beherrschen. Irgendwann, Anne, irgendwann. Oh, hier. Das ist das Dichteste an, dass wir an Technik rankommen. Cool! Zorkas, das geht nicht. Also, ich habe keine Nightport-Befehle. Also, da könnt ihr Nightport-Befehle posten, wie viele wollt. Ich habe keine. Oh. Ey, mach mal einen hier. Ich will mal sehen. Komm mal hier, Mr. Wosch, ich möchte gerne gebannt werden. Manos, was denn? Das geht. Was hast du gebaut? Das klingt echt cool. Ich habe noch gar nichts gebaut, aber hier wird ein großes Haus gebaut. Nee, du sollst mal... Hier, mach mal das Teil an. Danke. Ich zieh doch den Nebel. Ja, und dann baue ich dann auch die Steine ab, die dadurch... Ach, hier. Oh! Anne, du Steine, Decke, Trott. Was? Ich merke den Steinschnappen, das ist schon. Was ist denn da los? Ich will das nicht mehr so ganz... Ist das krass. Das ist ja nur zum... Damit wir nicht mehr in der Mine rumrennen müssen und den Cobblestone abbauen. Wofür braucht ihr Cobblestone? Bauen. Ach so, ihr wollt richtig bauen damit? So richtig krass bauen? Oh, schön hat das. Dein kann man immer gebrauchen. Ach, ich gucke einfach mal, was Dalu so in der Kiste hat. Das ist immer gut. Ja. Lalalala. Klauen zwar bei Dalu's Kisten, wie auch Maru's und Chigo's Kisten. Also du beklaust also drei Spiele. Nein, das war nicht Klauen, das war wohl... Wie? Wieso... Doch wir dürfen alles untereinander benutzen, solange es nicht markiert ist. Wieso redet ihr gleich wieder von Klauen? Das verstehe ich nicht. Oh, das mögen die alle sechs, dann gibt's mir Rosen. Das möchtest du dir, die sagten, Borg? Das ist echte Ostrosen. Echte Ostrosen. Oh, hier Leute, guckt euch das an. Wir müssen noch ein bisschen aufholen. Hier sind viele Donationschilder. In der Uckermark. Schönen guten Tag, McManus. Ah, da hat er mich, da hat er mich, da muss ich wieder weg. Da muss ich deine Informationen von oben erhalten. Ich glaube, das wird dein letzter Stream sein. Ich muss... Ich muss zurück. Ich muss zurück. Was ist da los? Ich muss hier weg. Irgendwie. Was hat er gemacht? Du müsstest das doch kennen mit den Teilen. Oh, Mann, ey. Aha, da hat er es überwacht. Da guckt er das tatsächlich. Naja, theoretisch muss er nur einen Stream aufhaben. Mr. Dalukard. Mr. Dalukard. Was ist denn, überwache mich? Abonniert ihn, falls er noch nicht aufhört. Er ist der Beste, der Beste. Ich habe schon Falten in der Fratze vom Lachen, ey. Oh, hier, Arne. Oh, schöne Rosen hast du, den Crabs. Ach, nee, Dadosh. Dadosh und Crabs. Was sind das für coole Fackeln, die sie da gebaut haben? Was bauen die denn hier überhaupt? Was sind das für? Oh, das sind Crystal Torchs. Ja, die habe ich auch. Fackeln. Wie macht man die denn? Die sind in der anderen Dimension, wo die... Da steht sogar über da drüber, was du geschrieben hast. Ja, das habe ich. Wie geil ist das denn? Du hast eine Sprechblase über dir drüber. Das ist ja cool. Warte, guck mal bei mir, Arne. Ja. Äh, warte. Ach so, Relak. Was sind denn hier, was schreiben wir uns? Hast du was geschrien? Ja. Naja, sieht man über deinem Kopf. Aber es wird ein bisschen von deinem Hut verdeckt. Ja, fünf. Aber warte, ich setze den Hut ab. Dino ist doof. Das ist ja voll geil, dass das geht. Warte, ich schreibe Arne. Oh Gott, jetzt chatten sie sich zu. Oh, ich bin der Crabs, guck mal. Ich hab das Cabby auf. So. Aber ich sehe es von mir selber nicht, leider. Nein, nein. Ja. Was macht denn ihr? Was? Was macht denn da? Keine Ahnung. Das ist so lustig. So different from the hell I'm living. Jetzt schreibt einer von mir in den Chat. Dalu-Card gleich Stasi-Card. Stasi-Card. Dass die Ossis da nicht mit gerechnet haben, wa? Wir sind eingeweiht. Gehört alles so. Genau, es hat zum Plan gehört. Genau, Special Agent ist der Dalu. So, so. Kann das sein, dass man hier nicht so schnell leben fälscht? Ja. Ja. Anna? Ja? Kannst, hast du zufällig Closed-Down? Ja. Kann ich, hast du einzelne Closed-Down oder so? Dalu wieder da? Was brauchst du denn? Dalu ist da. Stasi-Card. Was ist da los? Was ist denn hier aufgefallen? Ey, Crabs hat mich gehauen. Was ist los, Dalu-Card? Die Person, die das in den Chat geschrieben hat, wurde lokalisiert. Ich weiß gerade nicht, wo mein Closed-Down hin ist, ehrlich gesagt. Der war oben in der Kiste. Was? Closed-Down? Hast du jetzt? Hast du keinen oder was? Doch, doch. Ich hatte sechs oder sieben Stück. Sagst du? Kann er nicht. Closed-Down oder? Äh, ja, ja, Closed-Down. Also, nicht die, die es Pulver war, sondern richtig Closed-Down. Sechs, sieben Stück hatte ich da, aber irgendwie habe ich das verloren scheinbar. Bitte den Schmetterling in Ruhe lassen, das bin ich. So, für den jetzt echt getötet. Ich würde, ich müsste aufpassen mit sowas. Ich one-hitter. Ja, ich habe den gerade, naja, egal. Weißt du, sonst sage ich das immer in Trust and Betray, weißt du, dann nimmst du das nie ernst. Und jetzt sagt sie, ich one-hitter euch. Ja, aus großer Macht folgt große Verantwortung, Nephi, jetzt weiß ich das. Passt auf, ich kann euch one-hitter. Hashtag ist so, ne? Ist so, Hashtag ist so. Oh, da ist doch der Glowstone, hast du den geklaut? Ich habe den... Hä? Hallo? Manus? Oh, Entschuldigung, 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 ich wollte mich zurückverwandeln. Au. Ey, auch, Rendi, hau doch mal die anderen nicht, Schätze. Achso, nee, ich wollte die auch nicht schlauen. Ich wollte einen, bitte. Ne, zwei. Zwei, wenn es geht. Okay, Moment. Ach, Rendi, jetzt geht er mal hier. So, jetzt. Ah, Stone. Mein Schwert hat ja Zones. Ah, danke. Ja, habe ich auch auf meinem Schert. Was heißt denn Throne? Scraps and Throne. Er ist ertrunken. Er hat tronk. Warum das? Das ist ihm doch schon mal passiert, oder? Er ist wahrscheinlich in einen dieser Wassertürme rein, dann kann man sagen. Ah, das ist blöd, ja. Oder er hat sich in Wasser verwandelt und kam nicht mehr hoch, das hatte ich vorhin auch fast. Ich habe mich in den Käfer verwandelt und als Käfer darfst du nicht ins Wasser, du stirbst fast instant. Ja. Oh, nein. Wer hat denn die Tür gebaut? Ach, Anne. Die Tür? Was denn? Hast du uns eine pinkene Herztür? Nee, nee, habe ich nicht. Hä, wieso haben wir auf einmal eine Eukalyptus-Tür? Wer war das? Anne hat die überall dran gemacht. Das war ich nicht. Klar, Anne. Ich habe es nicht gemacht, aber ich war es nicht. Komm, Anne. Weil wir hatten doch vorher normale Auk-Türen, oder nicht? Oh, ich habe bei euch schon die Herztür gesehen vorhin. Oh, sagt er. Genau. Freu mich gerade darüber. Meine Musik geht hier gerade voll ab. Voll der Epic-Sex-Guy hier. Ein wildes Darlucat erscheint. Was willst du tun? Ich werde dich anisong. Sehr gut. It's a maniac. It's a maniac. Was ist eigentlich mit dem Iron Golem? Wer hat den hier gebaut? Den habe ich gebaut. Den habe ich euch geschenkt. Als Haustier. Aber ihr wollt ja nicht mit mir in einer WG wohnen. Der läuft hier gerade in der Wildnis rum. Ich glaube nicht, dass euch hier so... Haben wir ein bisschen Glas? Wir haben ja nicht gesagt, dass wir nicht mit dir in eine WG wollen wollten, aber du bist gleich gleich... Ist okay, ist ein Message angekommen. Andere Richtung abgekommen. Message angekommen ist okay. Ja, ist in Ordnung. Du bist gleich in die andere Richtung abgezogen. Ja, genau. Okay, wer war das mit den Eukalyptustürmen? Wer hat hier Prinzess Verdemus hingeschrieben? Wer war das? Ist ja nice. Prinzess Verdemus? Wir haben einen Droll auf dem Server. Oh, ein Crabz. Oh, hier kann man ja nicht mal die Items sortieren, wenn man mittlere Maustaste drückt. Da muss man ja selber händisch alles sortieren. Ach so, wie ein Zombie sehe ich aus. Ja, ja, du bist noch nicht genau umgewandelt. Jetzt stehen die zwei hier vor mir mit zwei Schwertern. Ich habe uns häpplen gedacht. Die hält ja lange. Der kleine Gokobai. Bald wird es sterben. Pack mal Fleisch in den Ofen, ne? Was ist mein Lieblingsessen? Sehr geil. Kenn ich gar nicht. Was ist mein Lieblingsessen? Ich weiß es nicht. Ich esse viele Sachen gerne, leider. Viele Sachen gerne, leider. Ich schwöre über Türen, dann kann ich mit Anial, dann müssen wir auf die schlafen, wenn ihr dürft. Ich esse total gerne Käse Fondue. What? Käse Fondue? Ja, Käse Fondue. Überhaupt esse ich sehr gerne Käse. Ich mache mal auf... Wenn wir Pizza selber machen, dann mache ich immer so Käse-Näste auf die Pizza. Aha, aha, I like it. Der Sachs hat die Liebe verteilt. Was? Der Sachs hat die Liebe verteilt. Du hast das ja schnuckelig hier. Aha, Renny baut die Türen dahin. Wurde mir auch gerade geschrieben. Mr. Sachse? Ja. Aha. Verteilt ihr hier Love auf dem Land. Ja, bei uns nicht mehr. Da hat sich so ein komischer Baum. Ja, ganz weg. Ich habe unsere Alte sogar noch reinstecken. Ist er das? Ja, das ist der. Er taunt sich. Das ist er denn. Ein Stück Holz mit Fischen dran. Und die restlichen wurden geklaut. Bitte schön. Achso, solche Dinge habe ich gerade auch besiegt. Ähm, Alex, du schreibst ja nachher zurück. Ich habe es gerade noch ein bisschen schlecht. So, ich überlege gerade, was wir bauen. Wir müssen irgendwas bauen, was crazy ist. Wir bauen diesmal... Pass auf, wir bauen was Modernes. Wir brauchen Wolle. Aber ich gehe nicht. Wir brauchen... Ah, ja, aber wir müssen ja anfangen irgendwann. Wir brauchen Wolle. Ja, nee, weil ich höre jetzt nicht mehr gleich öff. Ja, wir... Okay. Probier mal ein X mit... Dann baue ich jetzt erst mal uns hier eine Farm hin. Und zwar eine Wolle-Farm. Eine Wolle-Farm. Nee, warte mal. Ähm, da so hin. Dann gehört in die Form hier wird. I don't know. Jetzt haben wir sogar zwei Pinke-Türen. Ach, mit Blöcken. Oh Gott. Weißt du, was ich auch noch habe? Ihr riecht nach Popcorn. Guck mal. Sieht schön aus, eure... Ja, die hast du ja auch gebaut. Was? Nein. Nein. Randy macht ihr Love. Randy, Love. Randy, for love. Diese lange Löwen. Äh, Craps redet nicht, weil er nicht mit uns im TS ist. Und dadurch ebenso nicht. Ähm, sollten sie sich. Wie viel noch Cooles. So, wir bauen eine große Farm. Okay. Zap, 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 zap. Haben wir nicht noch hier so eine komische... ...Hack-Picke. Hacker-Hacker-Hacker-Hacker-Hacker-Hacker-Hacker-Hacker-Hacker-Hacker-Hacker-Hacker. Da ist er. Und ich hoffe, es ist eklig. Ich will nochmal... Iiii, Iiii. also ich mache es mal für heute feier rund okay mr randy echt so früh schwächelst du schon mit schwächeln nicht zu tun aber das muss nicht sein ich habe freilag haben wir vier stunden fünf stunden samstag haben wir zwölf stunden siebzig stunden streamen warten wir noch dann muss ich doch wieder die anderen mit clown gehen hier die morfen sich in frauen hat jemand einen eimer für mich bitte was ist das mr nephias kommen sie zurück sie können euch einfach ein schneemann in meinem haus bohren lassen quatsch macht er irgendwas kaputt oder überall wo da rumläuft liegt dann schnee das ist nicht fair so warte mal guck da läuft da hat er schon die gleiche killt damit er sich noch mehr wie ein eimer also ich würde ich würde dir die wieder bringen ich brauche die noch mal schnell im wasser zu holen wasser für die elefanten oder du hast ja wo bist du denn aha kein schnee alles ist niemand aber der schneemann in der wir noch mal kein schnee auf dem boden aber das ist voll gefährlich alle weil du den namen zeigt doch nicht an ach doch zeigt kriegst du mir mal zwei einmal keine ahnung man kriegt halt welchen ins inventar wenn man ein schneemann tötet langweilig war ich habe mir mal die zwei eimer genommen naja wirklich nur die 21 super mario was meinst du das hat doch jetzt mache ich schnee luigi mit zwei bilders wand heißt das wahrscheinlich genau habe ich das jetzt da abgebaut das ist doch mal lieber chat was ist da los wieso höre ich nichts von ihnen und wie mache ich das denn jetzt so ein raster hallo wo du musst das was du bauen willst auch gebaut haben das heißt und jetzt wirke ansetzen ich hatte auch noch eine schaufel wo ist die hin wo ist die schaufel was guckst du ich habe leon mir ist ganz schwindelig ja wir haben ja auch weil ich den stinkkäfer weil ich den stinkkäfer erschlagen haben seid wirklich etwas ekelhaft hallo curry Mensch kann nicht sein wieso ist hier kein eisen mehr am start